hallo und herzlich willkommen bei ubi testet heute hinter mir steht der parkplatz voll ihr steht zwar sie gerade auf dem auto und zwar geht es um den vw tour rack ja hier haben wir jetzt stehen in der dritten generation lange hat es gedauert bis ich ihn tatsächlich zum ersten mal jetzt fahren konnte ja die hervorstellung des neuen tour racks hatte ich euch ja schon vor gut einem jahr vor fast anderthalb jahren gemacht im studio weiter als über studio hinaus durfte ich dann nicht mehr jetzt habe ich mir tatsächlich einmal den tour rack hier kurz ausgeliehen für ein paar stündchen und jetzt möchte ich ihn euch natürlich auch kurz vorstellen wir sehen hier den tour rack ohne irgendwelche line das ist tatsächlich so wie er ab werk als basis daher kommt auch mit dem einstiegs diesel und zwar dem drei liter v6 tdi mit 231 ps unter der haube die front gekennzeichnet von dem neuen kühler grill den wir hier haben hinter den scheinwerfern voll led scheinwerfer nicht das iq light system was es gibt gegen aufpreis was ich aber zwingend empfehlen würde das led licht ist zwar sehr gut dennoch aber auch sehr fleckig und man erkennt so die einzelnen module ich persönlich würde ganz klar sagen wer einen tour rack nimmt der sollte auch bitte das iq light nehmen wir haben hier die standard bereifung darauf das sieht auch sehr ballon mäßig aus das sind 18 zoll räder wir haben hier die typische deep black mal lackierung übrigens die tür hinten links ist nicht ganz zu sehe ich gerade deswegen bitte nicht und unbedingt wundern warum das ganze so komisch ausschaut ja es handelt sich hier um einen mietwagen und das mache ich ja auch sehr sehr gerne denn mietwagen haben durchaus immer mal ausstattungsoptionen eben nicht drinnen die ständig in pressewagen drin sind sowie eben dieses iq light system jetzt schauen wir uns das ganze an dadurch dass wir kein iq light haben haben wir auch nicht diese hübschen led rückleuchten sondern es sind zwar weiterhin voll led leuchten die sind allerdings ein bisschen anders aufgebaut von ihrer grafik als mit dem iq light die heckklappe öffnet in dem fall hier elektrisch dahinter verbirgt sich auch eine rückfahrkamera der kofferraum ist angenehm groß zügig bemessen wir haben auch hier tatsächlich das optionale luftfahrwerk verbaut das erkennen wir daran dass wir jetzt hier schlicht und ergreifend das niveau anpassen können zum beladen wir haben auch eine anhängerkupplung verbaut hier noch eine 12 volt steckdose es gibt optional noch eine 230 volt steckdose hier noch so kleiderhaken sehr praktisch wir sehen auch dass sich die rückgesetzlehnen im verhältnis 40 20 40 umlegen lassen wir sehen auch übrigens top titer da unten für den kinder sitzt den kriegen wir hier auch übrigens sehr sehr gut rein dann haben wir hier das ganze pannenset wir haben hier noch ein großes ablagefach unten drunter da geht auch wirklich jede menge rein das rollo finde ich auch sehr cool gelöst wenn denn tatsächlich die heckklappe öffnet fährt das rollo mit nach oben und auch wieder in seine ausgangsposition und ich würde sagen wenn die heckklappe geschlossen ist schauen wir uns den innenraum jetzt an los geht's mit dem check der platzverhältnisse im fond wir sehen leder ausgekleiderte polstermaterial dann auch hier in der mittelarmlehne haben wir eine was interessant ist wir haben hier auch einen hebel und damit können wir dann tatsächlich die lehnen neigung hier verstellen sehr praktisch dann auch die isofix verankerungen da sind dann tatsächlich haken drauf finde ich jetzt nicht so praktisch weil man wieder mit diesen plastik kappen natürlich nicht weiß wohin damit dann klappen wir das hier nach oben wir sehen hier unseren maxi cosi sitz untergebracht wir könnten auch hier tatsächlich von der kniefreiheit auf alle fälle einen reborder installieren wir haben hier ein klimabedienteil die dreizungen klimaautomatik ist dann tatsächlich ab werk vorhanden wir haben hier noch zusätzlich sitzheizung für fond verbaut das heißt das erweiterte winterpaket jetzt steige ich einmal kurz ein hoch geht es hinein und wir sehen tatsächlich wie meine knie angesetzt sind der sitz ist übrigens auf meine größe von 1 78 eingestellt wir haben hier mehr als genügend platz und ich sitze äußerst bequem die sicht ist natürlich nach vorne ein bisschen eingeschränkt das ist üblich wenn man hier hinten sitzt aber dennoch hier fühlt sich alles sehr gut an und ich würde mal sagen wir schauen uns jetzt auch den platz da vorne links mal an der innenraum vom vw tourrack interessiert euch bestimmt und deswegen habe ich mir gedacht setze ich mich doch gleich mal an die richtige position denn hier gibt es nichts zu meckern was die sitzposition angeht ich sitze einwandfrei in diesem bequemen normalen sehr standard sitzt drinnen der ist manuell verstellbar ab werk optional elektrisch platz habe ich genügend natürlich lenkrad höhe tiefe ganz normal verstellbar wichtiger ist aber wir schauen uns jetzt an was sich hier drinnen so alles getan hat denn es gibt hier durchaus eine besonderheit zu den ganzen videos die ihr da draußen bereits kennt vom vw tourrack da da sind wir auch schon im cockpit ja wir schauen natürlich auf das lenkrad so wie es sich gehört ich mache aber den motor mal an denn dann leuchtet hier alles was ich hier so schön es tut was wir als erstes sehen und da kommt der blick jetzt gleich hinauf das ist hier das kombi instrument das ist hier nicht voll digital nein 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 nicht das innovation cockpit ist hier verbaut sondern der standard bildschirm und der ist natürlich wie wir sehen durchaus ja ganz attraktiv gestaltet aber ein bisschen unschön ablesbar mit diesen hier silbernen applikationen außerdem sind die zahlen hier ein bisschen eng aneinander an dem tacho mit den analogen tachonadeln hier in der mitte haben wir den bordcomputer da sehen wir auch schon die erste kartendarstellung drauf und es lässt sich hier auch tatsächlich in beiden fällen dass die karte tatsächlich darstellen schauen wir hier noch mal ganz kurz rein wir blättern hier einmal ganz kurz die menüs durch das audio menü das telefon menü dann haben wir hier noch das fahrt menü was das fahrzeugstatus menü ganz klar hier ein schöner tour reg abgebildet zwar nicht unsere aber egal dann das offroad teilchen dann die fahrdaten die wir hier so durchblättern können da gibt es sämtliche anzeige vielfalten die wir kennen dann schauen wir hier die assistenten an und sind schon wieder bei der karte weiter geht zum multifunktions lenker werden übrigens noch das alte multifunktions lenker nicht das neue was man mittlerweile bei volkswagen so kennt hier natürlich die übliche verstellung für den tempomat mit abstandsregelung sowie die laut und leiser stellung vom audiosystem hier rechts dann sprachsteuerung bordcomputer menü und auch noch teile von der audio bedienung jetzt kommen wir hier rüber und da sehen wir jetzt einen ersten großen 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 unterschied denn während wir bei den meisten vorstellungen die ihr gesehen habt bestimmt das innovation cockpit verbaut war mit dem riesigen bildschirm der wirklich genial ausschaut haben wir hier nur das discover pro verbaut das ist aber auch schon ein großer bildschirm hier so wie wir ihn eigentlich auch aus dem normalen golf kennen ohne die tasten an der seite sondern wir haben hier noch tasten und zwar für die start stopp automatik für den park assistenten und die einpark hilfe die wir hier aktivieren können da ist dann die rückfahrkamera auch drauf die schön auflöst dann haben wir natürlich hier das übliche menü so wie wir es kennen wir können hier die steuerung angehen das ganze ist mit wischen oder ihre wischgestiken kann man auch machen wenn es funktioniert jetzt halt nicht aber braucht sie auch nicht dann haben wir hier unten das klima bedienteil gefällt mir auch ganz gut dass man da eins hat natürlich gibt es hier noch die möglichkeit ein menü aufzumachen und dann können wir hier in die details hineingehen von der drei stationen klimaautomatik dann gehen wir hier runter da ist ein ablagefach was tatsächlich hier zu geht es ist der stoff ist naja beziehungsweise seit einfach nur so ein softlack drüber gezogen ist okay wir haben jetzt auch entschuldigung wir haben auch hier jetzt kein induktiv ladeschale sondern tatsächlich nur ein usb anschluss und 12 volt anstecker aber da passt das smartphone hier wunderbar hinein dann der automatik stick ich persönlich finde dass man hier durchaus erst mal so ein bisschen durcheinander kommt der p-taste und der unlock taste können wir jetzt mal so stehen lassen ich denke man gewöhnt sich dran sehr schön ist allerdings dieses pad man kann da tatsächlich die hand wunderbar drauf legen das schmeichelt einem auch ist auch ergonomisch ganz gut geformt das ist schön dann haben wir hier noch einen aschenbecher der variabel ist dann haben wir hier in der mitte normalerweise ist hier übrigens der lautstärken taster für das innovation cockpit und drehrad ist immer sehr schön haben wir jetzt natürlich hier nicht verbaut hier haben wir lediglich start stopp dann die parkbremse und das auto holt und jetzt kommen wir zu den systemen hier denn wir haben jetzt hier ist der fahrschalter oder sagen wir mal so dass es die dcc was wir verbaut haben und da können wir dann tatsächlich die einzelnen menüs hier ganz normal durch klicken das ist auch sehr sehr schön gefällt mir ganz gut offroad da fährt dann auch schon die luft federung nach oben eco dann gehen wir hier noch mal runter da sehen wir es dann auch wie das ganze ausschaut blättert hier die einzelnen sachen dadurch auf der rechten seite haben wir die niveau regulierung für die luft federung da können wir das ganze dann schön absenken oder aber wir können das ganze fahrzeug anheben je nachdem wie wir das ganze benötigen das gibt dann auch eine synk taste da kommen wir wieder aufs normale fahrlevel dann was haben wir hier eine große armauflage die können wir öffnen da drinnen ist allerdings nichts mehr außer eben ein ablagefach auch eine usb anschluss fehlt hier unten verstellbar ist sie übrigens nicht dann noch mal ein kurzer blick so ein bisschen hier über die armaturentafel wir haben hier hochglanz schwarze leisten die sehr kratz und fingerabdruck empfindlich sind haben wir schöne alu leist die gefällt mir sehr sehr gut auch gut gefällt mir diese doppelnaht hier dass es so ein bisschen was ich sagen muss wenn man als beifahrer hier sitzt dann kommt einem dieser armaturenträger sehr weit in die nähe und vor allem wenn man den sitz etwas weiter vorne hat und das finde ich schon sehr beachtlich wenn man mal sieht wie der fahrer das ganze eigentlich weit weg ist klar er ist gewohnt dass er das lenkrad vor sich hat aber der armaturenträger ist deutlich weiter weg als hier durch diese struktur wo der bildschirm eher zum fahrer geneigt ist und dann auf einmal mit den armaturenträger sehr weit draußen das wirkt für den ein oder anderen beifahrer auf alle fälle etwas komisch die tür ablagen sind so groß genug da passt natürlich auch eine 1,5 liter pet flasche rein die man haben möchte und der sitz hier sehen wir ihn noch mal komplett der ist wirklich bequem einzig eine schenkelauflage die könnte natürlich noch als option dazu kommen aber die rundumsicht ist gut für so ein großes fahrzeug auch auf der rückbank da fehlt sich gar nichts da ist genügend platz und dann kommen wir quasi hier noch mal einmal zurück und dann sollten wir jetzt auch anfangen mit dem fahren unterwegs im größten volkswagen suv dem tour rack muss ich sagen ich fühle mich hier wirklich pudelwohl ich sitze wirklich sehr hoch ich habe eine tolle übersicht in dem fahrzeug ich fühle mich hier wohl weil es schlicht und ergreifend toll verarbeitet ist das fahrzeug wirkt wie eine burg in sich dieses gibt auch ein extremes sicherheitsgefühl und da kann ich schon verstehen dass die leute diese fahrzeugklassen auch kaufen das hat ja nichts mit man muss es unbedingt haben weil man vielleicht den pferdeanhänger ziehen möchte was man auch mit dem tour rack hier gut kann denn gut über zwei tonnen zuglast ist hier möglich mit den größeren dieseln sogar bis zu dreieinhalb tonnen aber er bietet auch ein wirklich komfortables fahren wir haben hier das luftfahrwerk verbaut ohne allradlenkung und selbst ohne allradlenkung ist der wagen doch durchaus handlich zu bewegen auf der landstraße oder aber auf der autobahn ja da schwebt man gefühlt wirklich dahin die komforteinstellung sorgt dafür dass auch sämtliche gullideckel sauber geschluckt werden insgesamt ist der wagen auch toll gedämmt niedriges geräuschniveau vom antrieb und von den außen geräuschen und so hat volkswagen hier geschafft dass man wirklich in die oberklasse rein kommt oder fast schon in die luxusklasse denn die plattform wird ja auch vom audi q7 oder aber vom porsche cayenne genutzt das darf man ja nicht vergessen unter der haube arbeitet hier der einstiegs diesel wie erwähnt mit drei liter hubraum und 231 ps der motor ist völlig ausreichend hier in dem durchaus schweren tour rack aber was mir besonders gefällt ist vielmehr er die kraft erzieht wunderschön raus mit dem hohen drehmoment er macht es einfach souverän und das für eine quasi einstiegsmotorisierung ist schon beachtlich das einzige und da muss ich sagen das ist so typisch mit den v6 dieseln aus dem vhg-konzern die achtgang wandelautomatik arbeitet sehr sehr schön weiche schaltvorgänge hat allerdings das problem dass sie etwas verzögert anspricht vor allem ab und an beim anfahren gibt es ein bisschen anfahrloch und auch zwischendrin wenn man dann mal schneller aufs gas drückt und er eigentlich schneller schalten sollte das ist ein bisschen verzögert das kennen wir schon so aus dem audi a 650 tdi oder aber dem a 450 tdi das ist natürlich die stärkere variante beim kleinen ist es nicht so ganz ausgeprägt beim verbrauch liege ich aktuell mit 8,3 litern hier im durchschnitt wirklich gut gefällt mir ich war viel viel kurzstrecke hier mit dem wagen bin jetzt auch autobahn bisschen gefahren mit über 160 also ich würde mal sagen das macht schon einen soliden eindruck und die 8,3 liter gehen völlig in ordnung wer ruhiger fährt schafft sogar sieben komma werte wer es flotter fährt geschafft natürlich auch zehn liter aber ich würde mal sagen die meisten werden so mit acht bis neun litern auskommen und das ist für so ein großes fahrzeug so ein schweres fahrzeug mit hoher stirnfläche sicherlich ein ordentlicher wert das muss man sagen vor allem weil man auch bedenken sollte was hier in dieses fahrzeug so alles reingeht wie man sich bewegt und das ist schon durchaus sehr sehr vorzeigbar wir sind am ende angekommen vom video zum neuen vw tourek so neu ist er ja schon gar nicht mehr dennoch für mich ist es denn ich durfte ihn jetzt erst fahren und mein eindruck ist wirklich positiv ganz klar aber man muss ordentlich geld hier investieren damit das auto dementsprechend auch den hohen luxus charakter widerspiegelt so wie er ihn auch auf den pressebildern und auch auf den ganzen videos die ihr da draußen schon gesehen habt kennt das heißt das innovation cockpit muss mit rein für über 3000 euro auch die knapp 1700 euro teuren iq leitscheinwerfer müssen rein das luftfahrwerk sollte durchaus auch rein da sind wir schon wieder bei weit über 2000 euro ja das summiert sich dann doch schon ganz ordentlich so dass der listenpreis von knapp über 60.000 relativ schnell überstritten wird 72.000 kostet übrigens so wie er hier steht und ich würde mal behaupten ich würde rund 80.000 investieren müssen damit der wagen ordentlich dasteht und für mich auch wirklich so einen mehrwert liefert jetzt ist natürlich die frage was sagt ihr denn da draußen zu dem fahrzeug wie gefällt euch der neue tourek ist er wirklich eine kaufempfehlung auch für euch und warum würdet ihr denn die tour kaufen und warum die anderen nicht schreibt mir unten in die kommentare und lasst uns ein bisschen diskutieren gerne diskutieren auch über den style wie dieses video diesmal so ein bisschen aufgebaut wurde ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen lasst mir den daumen da wenn es euch gefallen hat ein abo von dem kanal natürlich nicht vergessen ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag und sagt tschüss und servus euer ubi